So, Damenbekleidung. Die, die was sagst, wie geht's euch? Hadellos. Ja, Mädels, alles klar bei euch? Nein, ich kann drei Meter kochen, das ist Hadellos. Wir besuchen jetzt die Damenkleiderabsteilung. Und habt ihr euch schon was Schönes gefunden? Ja. Nix dabei? Schön? Okay. Aber wie gehst du mit den schönsten Sachen raus? Ja. Erzähl, eine Klammer bitte. Bleibt, Mutti, komm ich her dann. Also, erzähl uns mal kurz, wie ihr die Impressionen vom Fetzenmarkt. Also, unsere super Boutique von Gladwing, die sind super einkauft, von der Klischee-Aufaut bis zu der Gin-Hosen. Habt ihr es probiert auch? Haben wir probiert, genau. Cool. Dunja ist jetzt gerade unterwegs, die ist gerade beim Probieren, gell. Und super Preise. Du, nachdem du so Beziehungen in die Abteilung hast, gibt es eh keine Sonderpreise, das muss ich jetzt fragen? Nein. Okay, sehr zufrieden. Ich muss auch nicht bei dir unteren zahlen. Okay, passt. Danke meine Damen für das nette Interview. Ja, ist der Mantelfisch. Fisch, ja? Ja, super. Der passt doch gut. Cool. Hallo? Hallo? Habt ihr schon was gefunden? Ja, sehr viel. Ja? Voll cool. Gefällt's dir? Hast du ein Jasen gekriegt von der Mama? Jetzt fangen wir, gell. Cool. Und da heißt es super. Jovanka. Daniel. Hörst auf, hörst auf. Es gibt natürlich Menschen, die lassen sich nicht gerne filmen, aber wir kriegen das schon hin. Markus Klär. Monat oder ja? Wirklich. Ich bin doch schon an, wie schnaht auf.